Hallo und Hallöchen Freunde des gepflegten Subjects zu Reborn Horizon, einem recht zeitmäßigen Spiel. Und ja, worum geht es? Es ist mehr oder weniger eines der vielen im Internet kursierenden Strategiespiele und macht mir aber vom Setting her und von dem Ganzen, was es bietet, einen guten Eindruck. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Das ist unser Hauptquartier, das war am Anfang mal eine Kirche. Das ist jetzt schon so eine kleine Festung, also das gefällt mir schon mal per se sehr gut. Wenn man Gebäude aufwertet werden, dann verändern sich teilweise auch die Gebäudegrafiken. Und sowas finde ich immer ziemlich cool. Man sieht es auch hier sogar bei diesen kleinen Rohstoffgebäuden. Das ist zum Beispiel auf Stufe 3, da geht der Arm so und auf Stufe 5 geht der Arm schon so rüber. Auch die Startmauer und so weiter, also es verändert sich alles zu gewissen Stufen, sage ich mal. Dann gibt es natürlich eigentlich 5 Rohstoffe. Nämlich Schrott, Stein, Nahrung, Energie und unsere Bevölkerung. Wobei letztere eigentlich nur für die Einheitenproduktion gedacht ist. Na gut, Nahrung eigentlich großteils auch. Wie kommen wir zu den Rohstoffen? Mit diesen Dingen hier, der Schrottplatz liefert. Schrott ist auch hier mal schön aufgelistet. Wie viel ist das Lager erhöht, wie viel es produziert. Also das hier ist das Trümmerfeld für Schrott, der Steinbruch für den Stein, das Gewächshaus für die Nahrung und das Kraftwerk für den Strom. Und hier, das sind hier die Wohnhäuser für die Bevölkerung. Und was machen wir mit diesen ganzen Rohstoffen? Naja, wir bauen eben neue Gebäude oder rüsten bestehende auf. Beispielsweise mit diesem netten Kellerversteck hier, das im Falle eines Angriffs die zugewiesene Anzahl an Ressourcen vor dem Gegner schützt. Denn wir sind ja nicht allein, wenn wir uns hier mal auf der Regionskarte umsehen. Rund um uns herum sind genügend andere Spieler vertreten. Das hier sind neutrale, von Plünderern besetzten Gebäude. Und wenn wir die erobern, steht hier erhöht die Steinproduktion in der Stadt. Beispielsweise oder hier Abfall oder hier ein Silo. Da können wir den Gegner zuerst ausspähen, dann wählen wir, aha, beispielsweise 10 unserer Speer. Und dann können wir ihn hier eben befehlen auszuspähen. Und ja, es ist eben so, das ist ein Spiel, wo man eben nicht einstellen kann, zumindest soweit ich es herausgefunden habe, ob man wirklich kämpfen möchte oder nicht. Das heißt, man wird zwangsläufig von diesen ganzen anderen Spielern hier auf der Karte angegriffen werden. Da wird sich nicht viel ändern, nehme ich mal an. Schade eigentlich, dass man das nicht einstellen kann, aber naja, die Endzeit ist ja bekanntlich kein Wunschkonzert. Wenden wir uns mal wieder unserer Stadt zu. Mich interessiert es beispielsweise gerade ungemein, unsere Stadtmauern auszubauen, denn das gibt einen Lebenspunktebonus für unsere Einheiten. Wie immer kann man das Ganze mit der obligatorischen Premiumwährung, hier den Diamanten, beschleunigen. Und es gibt ja auch einen ganzen Shop und in dem kann man sich dann eben nach Herzenslust austoben. Es gibt auch hier manchmal so Aktionen, minus 55 Prozent, bla bla bla. Es gibt eben alle möglichen Vorteile von einfachen Speedups über Rohstoffbonus, Kampfbonus, Artefakte, mit denen man schnell im Level aufsteigt oder Umsiedlungen und dergleichen. Ja, und hier gibt es eben auch so Pakete für 10.000 Nahrung für 8 Diamanten beispielsweise, wer mal schnell etwas benötigt und die Kosten eben, ja, also von den Kosten her muss ich sagen, 100 Diamanten für 10 Euro. Ich meine, wenn ihr es gerade, ups, wenn ihr gerade gesehen habt, hier beispielsweise, was nehmen wir denn hier drei oder, ja, nehmen wir was Einfaches hier zum Beispiel, Energieproduktion um 25 Prozent stärker für zwei Wochen, für eine Stadt kostet schon mal 60 Diamanten. Ist jetzt nicht gerade das Billigste, aber muss ich sagen, finde ich in dem Sinn auch gerechtfertigt, denn die Vorteile für die, die wirklich Geld investieren, sind schon, ja, nicht zu verachten. Also ein Spieler ganz ohne im Vergleich zu einem, der da wirklich so 10, 20 Euro rein investiert hat, ich sage mal so, das geht meistens zugunsten vom Investierer aus. Aber, naja, gut, das ist bei diesen Spielen auch, naja, eigentlich immer so üblich. Und was auch noch erwähnenswert wäre, man kann immer nur ein Gebäude aufrüsten oder bauen. Also würde ich hier etwas anders bauen wollen, steht hier unten, die Bauliste ist voll. Und wenn wir, ähm, also wir können maximal zwei Gebäude gleichzeitig richten, und das geht eben auch nur mit einem Diamanten bezahlten Bonus. Und ja, so allgemein, ich muss sagen, grafisch macht das echt einen guten Eindruck. Also es bietet jetzt zwar nicht vielleicht Hammer-Interaktion, aber man sieht, man kann auch ganz schön reinzoomen und die Grafik so ist schon ziemlich cool. Und wie gesagt, das verändert sich auch mit den, ähm, wenn man regelmäßig aufwertet die Gebäude. Und das ist schon ziemlich cool. Und ja, ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht so, die Hammer-Abwechslung über das Gamebild. Bietet auch hier zum Beispiel einen Chat, da können wir mal hinschreiben. Hi, hier Endzeitkinder. Cool. Und das kann dann jeder lesen. Finde ich sehr, ja, wer es braucht. Hier sind die Koordinaten, hier sehen wir eben die Infos, auch wenn wir zum Beispiel hier, so, okay, was machen wir ja, neuen Söldner. Das sieht man auch hier. Alles sehr schön, alles sehr gut. Hier, man bekommt auch regelmäßig Aufgaben. Hier zum Beispiel habe ich Schrottplatz auf Level 5. Klicke ich auf Belohnung, bekomme ich sofort haufenweise Schrott zur Verfügung. Das gibt es eben für alles Mögliche. Und es gibt natürlich auch die obligatorischen Allianzen und Gruppen und das Ganze. Das bleibt natürlich nicht aus. Es gibt auch hier so ein Glücksspiel jeden Tag, wenn man sich einloggt, hat man die Chance auf einen besonderen Bonus. Das ist auch nichts wirklich Besonderes, aber finde ich ziemlich cool irgendwie. Hier kommt man ins Forum, kann man sich alles Mögliche anschauen. Optionen, ja, was man halt eben so braucht. In der Rangliste, schau, ich bin jetzt nicht auf Platz 1. Es gibt auch ein Inventar, man sieht hier ein paar Dinge habe ich eben schon durch die, das Rollettspiel eben bekommen. Und ja, allgemein kann ich sagen, man kann es sich auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem, wenn man so ein, zwei Leute kennt, die das vielleicht auch spielen, schließt man sich zu so einer Allianz zusammen. Und dann ist man nicht mehr allein. Das Ganze geht nicht ganz so schleppend, wie man es von diesen Spielen teilweise gewohnt ist. Also es läuft einigermaßen flüssig, ich meine Wartezeiten von einer halben Stunde schon zu Beginn, das ist jetzt auch nicht die Seltenheit, aber ist ja auch ein Browserspiel. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, bin ich bis jetzt recht motiviert, das zu spielen. Mal schauen, wie lange die Motivation anhält. Ich prognostiziere aber, dass es einen Nachtest geben wird. Und ja, das wäre dann also mein Fazit zu Reborn Horizon. Und falls ich irgendwas übersehen habe oder so, ihr wisst ja, ihr kennt das Konzept. Ja, ich habe es gerade mal drei Tage gespielt, ich kann auch nicht da mal viel sagen. Aber bis jetzt kann ich sagen, man kann es sich mal anschauen, man macht jetzt nicht viel verkehrt, wenn man es spielt und mit diesen erheiterten Worten sage ich dann auch schon für diesen Subject. Tschüss, Arrivederci und Goodbye.